Seit einem Jahr benutzen wir mittlerweile hier im SANA-Klinikum Berlin-Lichtenberg die X1-Serie, haben auch eine entsprechende Ausstattung in allen Räumen und mehrere Endoskope bekommen. Und es ist wahrhaft ein erhellender Moment, wenn wir mit diesem neuen System die Patienten untersuchen, weil wir nicht nur durch die Features wie TXI, NBI, RDI bessere Sicht haben, sondern wir können für den Patienten bessere Diagnosen stellen, weil wir früher Karzinome detektieren. Wir können besser therapieren, zum Beispiel durch RDI, wo wir Blutungsquellen einfacher detektieren können. Und insgesamt ist das ganze Setting ein besserer Ablauf, mehr Sicherheit für den Patienten und für uns ein wunderschönes Arbeiten.